Ich lerne Deutsch, Nummer 11.866. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Yoga-Übungen helfen, Körper, Geist und Seele ins Gleichgewicht zu bringen. Yoga-Übungen helfen, Körper, Geist und Seele ins Gleichgewicht zu bringen. Literatur verbindet Menschen über Grenzen hinweg und schafft Freundschaft im Geiste. Literatur verbindet Menschen über Grenzen hinweg und schafft Freundschaft im Geiste. Die analytische Chemie entwickelt Methoden zur Untersuchung von Stoffen und ihrer Zusammensetzung. Die analytische Chemie entwickelt Methoden zur Untersuchung von Stoffen und ihrer Zusammensetzung. Seit wir gemeinsam für mein neues Buch recherchiert haben, ist die Arbeit viel effizienter geworden. Seit wir gemeinsam für mein neues Buch recherchiert haben, ist die Arbeit viel effizienter geworden. Durch kulturellen Austausch können wir voneinander lernen und Vorurteile abbauen. Das alte Klavier steht seit vielen Jahren in unserem Wohnzimmer. Das alte Klavier steht seit vielen Jahren in unserem Wohnzimmer. Das alte Klavier steht seit vielen Jahren in unserem Wohnzimmer. Die ganze Familie spielt gerne Klavier. In Zukunft werden wir hoffentlich nachhaltigere Lösungen für unsere Umweltprobleme finden. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.